Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Oh, ich auch. Ich auch. Also, ich rechne schon mit einer Niederlage. Na ja, wir gucken mal. Beim ersten Mal werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Nee. Der perfekte Körper. Show me what you're capable of. Zell Jr., go make me proud. Kill them, if you like. Stop! Sechs Stück. Jetzt wird's. Na schön. Und da fängt schon an, ey. Okay. Alter. Leider wird von allen Seiten. Wenn man dann die schützen soll. Alter. Und vor allem die fliehen auch, die hauen ab. Ey. Ey, du bleibst mal hier. Ja. Yay, ich hab einen auf die Jagd geschickt gerade. Schade. Ich lag auf dem Boden, sonst hätte ich ihn gekriegt. Jawohl. Und? Den hätten wir, oder? Na. Noch nicht ganz. Oh Mann, das gibt's noch nicht. Doch, doch, der ist jetzt. Jetzt ist er. Jetzt ist er. Gut. Und? Da kommt, flieg. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab' bei mir sind zwei von diesen. Nein. Nein, 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 nein. Auf. Scheiße. Ich seh' grad' nicht, wo du bist. Ich versuch', zwar hin und her zu schalten, aber... Oh. Ich bin so ziemlich am Ringrand. Bei so'n roten Cell Junior. Wir sind grad' an einem der Pfeiler. Au. Äh, shit. Ich bin so gut wie down gerade. Scheiße. Ich bin down. Mist, Mist, Mist. Ey, normalerweise müsst ihr ja doch mit dem Stick nicht avisieren können, aber er tut's nicht. Na, mit dem, mit dem Rechten, den rechten Stick reindrücken. Den rechten, genau. Den rechten und dann Y, wenn du bei einem der Teamkameraden bist, zum Wiederbeleben. Ja, ärgerlich. Ich hatte gerade das Gefühl, dass er nicht aus der Gegnererfassung rausgegangen ist. Nicht hier am Schuh! Nein, ich hatte ihn anvisiert. Scheiße, wir haben... Alter! Ah! So. Oh, das fällt... Das müsste der Letzte sein, so wie's aussieht. Ja, das ist der Letzte. Und? Zack! Sehr schön. So, jetzt kommt Cell. Das ist ein Arschloch. Und was für eins. Mhm. Daddy? Ah! Ja! Ich schicke ihn wieder zu euch. Ah! Wow, 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 wow! Mieser Sack! Wir kriegen ihn! Ja! Sehr gut! Das war schön! Das war sehr geil! Das war echt gut gerade. Und? Nachsetzen. Wow! Wow! Die zwei Attacken, was für ein Pisser. Ich bin down! Na los, ihr habt Schuh, hilft mir! Zu spät, ihr habt... Doch, ihr habt mir noch geholfen! Sehr gut! Ich war in deiner Nähe, hatte dich auch schon anvisiert, konnte aber nicht zu dir kommen, weil er mich anvisiert hatte. Ah, schade. Ich... ...weglies! Nein, 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 nein! Oh, was? Dieses verdammte Schild! Ey, nein! Hat er uns gerade drei Leben auf einmal abgenommen? Ja, ich agree. Er hat uns alle Leben auf einmal abgenommen. Und ja, nein, ihr habt Schuhs gehauen! Nein, 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 nein! Ich muss zu ihm! Verdammt! Das war's. Und was? Und was? Mist, Kerl! Oh, ich hab es doch gesagt! Ja, aber alle leben auf einmal! Du kannst gar nichts machen! Ich glaub, ich werd auf den normalen Goku zurückgreifen, denn auf dem hab ich die Genki-Dama drauf. Ah. Boah, ey! Oh, Alter. Das ist schon sehr böse. Mhm. Anpassung. Auto. Und das ist halt dann... Ah, okay. Also, Jumt Schuh hat seine Sache nicht so schlecht gemacht als Heiler, muss ich sagen. Das war gar nicht mal... ...so übel. Moment. Nochmal Auto. Was hat der denn das? Ja, nochmal. Ja, das passt alles. Gut, zack. Gut, zack. Ah, Moment, ich muss ja erst mal... Na, ich will die Mission auswählen. So, das ist dann diese hier. Ähm, zack, und... Gut, Moment, wen nehm' ich denn noch als Mitkämpfer dazu? Ähm... Der Schuh ist halt bei mir sehr schlecht. Ähm, ja. Ich guck mal, ob ich eventuell was auf den Autounpassung reinkriege. Wobei, nein, lass' ich mal lieber. Ich, äh, nehme hier direkt mal, zack, Super-Gohan und dann noch... Ähm, ja komm, Vegeta dazu. Die Genki-Dama werde ich übrigens auch nur versuchen, wenn wir dann ne superperfekte Cell haben. Und sonst macht das kaum Sinn. Ach, das war ja auch noch... Bei der Genki-Dama ist es halt so, dass ich, ähm, Zeit brauche, die aufzuladen. Und in dieser Zeit muss man mich halt beschützen. Weil ich mich nicht wehren kann, während ich sie auflade. Ja, ja, ja. So! Und schon fliege ich. Boah, ey, nein! Das gibt's nicht, der hat meine Jagd unterbrochen. Ah! Das ist schon heftig, schon das mit den Cell Juniors. Mhm. Ich denke, dass danach zwei Cells anstehen, ist ein bisschen zu übertrieben. Das Spiel ist sauschwer, ey. Ja. Die Gegner sind halt zu overpowered, also. Was Zelda gemacht hat mit einem Angriff, und zwar eben vier Leben abgenommen, das ist schon wirklich, also... Mh. ...zu übertrieben. Ja, und ich bin froh, dass ich jetzt mindestens einen Mitspieler habe. Denn mit Computer, KI, Typis, Helfern... Ja, sehr schön! Gut. Auch der ist Platz, sehr gut. Und der nächste kommt auch gleich. Und zack! Sehr schön. Gut. Noch ein Cell Junior Platz. Perfekt. Und der letzte. Sehr gut! Woo! Ach, schade, ich hab den letzten Punkt nicht mehr getroffen. Oh Gott. So, jetzt kommt Cell. Nein! Ah! Hab ich... Ne, ich hab mit Kamehameha nicht getroffen. Aber eine Jagd! So! Und... Zack! Mist, er ist an mir vorbeigeflogen. Und die maximale Kette, gut. Wir brauchen möglichst viel Genki, damit ich... Nein! Das gibt's nicht! Wie hat er das denn gemacht? So ein Mist! Scheiße! Du darfst echt nicht nah an ihn ran! Das ist ja übel! Oh! Ich hab kaum noch Energie, ey! Ich glaub, jetzt ist er auch auf mich drauf. Scheiße! Ja, ich komm zu dir! Das hat nicht gereicht, oder? Nein. Scheiße! Ich war so nah an dir dran gerade. Und zack! Und das! Sehr gut! Ich versuch mich mal etwas aufzuhalten. Moment. Vielleicht mit dem... Ich hab nämlich gerade viel Energie. Versuch mal einen Kettenangriff rauszubringen. Okay. Ich bin schon auf dem Weg. Ah! Nein. Dadurch wechseln nämlich die Genki-Anzeige. Oh, fuck! Komm, bitte! Das darf nicht wahr sein. Das gibt's nicht! Ich hab ihn geheilt. Ey, mit einem Angriff macht er das. Oh, danke, Vegeta. Dass du das mal sagst. Ja. Au! Fuck, er haut mich gerade. Haut mich. Shit. Keiner hinterher. Fuck. Ich hab's nicht geschafft. Er war zu weit weg. Und weg mit dir! Shit! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, Vegeta! Vegeta, hilf mir auch! Hilf mir! Oh, danke dir. So, jetzt Vorsicht. Der schießt gleich sofort ein Kamehameha ab. Weg! Einfach nur weg da. Wieso kommt der noch direkt hinten dran? Das ist so unfair. Denk dran. Verschwinde. Hau da einfach nur ab. Ich weiß nicht, wo ich bin gerade. Das ist ja übel. Einfach vom Ring weg. Erwischt er dich mit dem Kamehameha? War's das für dich. Ich will dir was tun. Kamehameha! Und der hat mich in natürlich erwischt. Oh, scheiße. Und ich war zu weit weg, um dir zu helfen. Super! Ey, das ist doch so unfair, dass dieser Kampf direkt hinten dran kommt. Ja, siehst du? Das ist so heftig, ey. Wie willst du denn das schaffen? Frage ich mich auch. Vor allem, wie willst du das alleine schaffen mit KI? Ja, keine Chance eigentlich. Ich bin schon mal so weit gekommen, dass ich beim zweiten Cell noch alle vier Leben hatte. Irgendwie sowas wie einen Schwierigkeitsgrad gibt's nicht, oder? Nein. Verdammt. Also, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Der normale Cell nimmt uns ja schon fast alle Leben ab. Mhm. Wir müssen heute noch mehr aufpassen. Wir können's ja noch ein paar Mal probieren, aber zu Not müssen wir erstmal auf eine andere Mission gehen. Auf so den Seitenarm oder so. Ja, jetzt gucken, wir versuchen's jetzt noch einmal so und dann... Ja, ja, klar, klar. Nee, probieren, tun wir's nochmal. Weil ich hatte nämlich auch die Chance, die Genki-Dama zu machen. Aber die... Es ist ein Risiko, wenn ich zu wenig Lebensenergie habe, weil der auch auf mich drauf prügeln will. Mhm. So, Vegeta hat sich bewährt. Und ich geh nochmal auf Junchu. Gut. Okay.